So, ich habe das mal ein klein bisschen angebohrt und dann zeige ich mal, wie ich das mache. Ich nehme mal so einen kleinen Bohrer, zwei Millimeter, das ist der 1.5, muss ich gleich mal gucken. 2 ist der. So, ich habe da jetzt einfach reingebohrt, so schön rausgekommen. Ich habe da jetzt ein kleines Loch reingebohrt. So, und jetzt kann ich nämlich beigehen, den Bohrer hier reinstecken. Und dann kommt auch schon der Stift raus. Jetzt hole ich die Feder da noch eben raus. Dann ist sie auch draußen. Und da muss ich mal eben gucken, hier, was habe ich genommen? 1,5 Millimeter Bohrer. Den habe ich dafür benutzt. Den lege ich mir mal eben beiseite. Ja, jetzt kann ich einfach nur beigehen, den Zylinder einmal reinigen. Dann kommen da neue Stifte rein. Dann baue ich die wieder zusammen und das war es dann schon. Und hier das kleine Loch steht überhaupt nicht. Und ... ...